Global Player, ein schwarzbrauner Hengst, abstammend von Grand Galaxy Win, Don Chufru, Ravage, Quintus. Hier präsentiert in herrlicher Schneelandschaft auf dem Gestüt Famos mit Eva Müller an der Hand. Sie wird ihn uns auch gleich unter dem Reiter präsentieren, denn sie ist die ständige Reiterin bisher gewesen und war mit ihm schon höchst erfolgreich und wurde Vize-Landes- und Bundeschampioness. Er wurde mit Höchstnoten auf dem Bundeschampionat bewertet, so zum Beispiel mit einer 9,5 für seine herausragende, elastische, schwingende Trabarbeit mit gut engagiertem Hinterbein, was in eine herrlich gleichbleibende Anlehnung hineinschwingt. Auch der Galopp wurde ebenso mit 9,5 bewertet, ein gut getragener Galoppsprung. So sehen wir Eva jetzt schon auf dem Weg in Richtung Dressurpferde L. Sie präsentiert uns hier schon die ersten Reprisen des Außengalopps und wir können gut erfahren, wie gut das Pferd schon tragen kann. Sehr ausgewogen auf beiden Händen im Galopp, hier die Außengalopps-Reprise, linke Hand, sehr selbstverständlich und gut balanciert. Der Schritt wurde mit einer 10,0 in Warendorf von den Richtern bewertet, für seine hohe Losgelassenheit, hervorragenden Raumgriff, klaren Viertakt. Er lässt einfach keine Wünsche offen. Der Schritt wurde mit einer 10,0 in Warendorf von den Richtern bewertet, für seine hohe Losgelassenheit. Untertitelung des ZDF, 2020